hey ho leute heute muss ich euch leider enttäuschen ich habe so ein dicken schädel auf ich habe keinen nerv heute außerdem ist ein u-zwind und wenn ich da den ofen anfeuer bläst er mir so in kamin rein dass ich hier innerhalb von minuten nichts mehr sehe weil ja bis der warm ist und einen gescheiten zug zug drauf hat ist mir die bude so verräuchert und da habe ich keine lust drauf und genauso wenig die heizkanone hier vorstellen jetzt da setze ich heute lieber aus macht dann morgen und am samstag und da brauchen wir dann rein definitiv aber eins machen wir jetzt trotzdem noch wir schauen uns die lackierung von david an ja die vermutung was ich habe mit dem thermometer ist dass es der david tatsächlich geschafft hat mit der heizkanone hier so dermaßen aufzuheizen dass das hier eine temperatur von über 50 grad war und dass dann das thermometer geplatzt ist das wäre natürlich möglich weil ihr habt es ja im letzten video gesehen da war das plastik ding drüber anders geht es ja gar nicht naja naja aber wir gucken wir gucken wir gucken wir gucken boi ein a 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 also dieses mal würde ich sagen perfekter Klarlackverlauf hat er doch noch recht gut hingebracht was war der Unterschied Heizkanone er hat hier herin so dermaßen aufgeheizt der Lack musste einfach sauber verlaufen das habe ich letztes vorletztes Jahr auch schon festgestellt da haben wir an Volvo hier herin lackiert ja und je wärmer das war desto schöner ist der Lack verlaufen also Leute wenn er was lackiert sorgt für anständige Temperaturen dann hat man auch einen wunderschönen Lackverlauf also die Lackierung hat er dieses mal hinbekommen klein bisschen Staub ist drin ist ja ganz normal aber dafür dass es hier drin so katastrophal immer noch aussieht und der die Heizkanone hat laufen lassen ist es wenig Staub verdammt wenig Staub kann man jetzt echt nicht maulern ja und mit diesem Lob an David werde ich auch dieses Video heute schon beenden und ja wir sehen uns dann morgen oder übermorgen Leute man sieht sich ich gehe jetzt erst einmal Sofa testen bis demnächst sofa testen bis demnächst